Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Und weiter geht es hier bei GTA 5. Wo, 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 wo. Entschuldigung, Entschuldigung. So, now here's like a rat. Keep it straight now. This is the place. I think it is at least. Okay. Schick hier. Freud! Freud! Schick hier, Trevor! So. Dann sagen wir doch mal freundlicherweise. Hallo. Who? Me, Wade, your cousin. Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh, you, Wade. I heard you was off smoke and mess somewhere. No, not somewhere. Here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's had a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy that was never crewed. You gotta go. Both of you. My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, yeah. Wait. I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Ai, 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 ai. Fuck! Schön sieht's aus. So. Okay, da in der Zufahrt parken und dann gehören die Fahrzeuge uns. Sehr gut. Das heißt, das Fahrzeug können wir ein bisschen auf Vordermann bringen. Wunderbar. So, hier gibt's auch einen Kleiderschrank. Echt jetzt? Ja, ich will mich unbedingt uns umziehen. Outfits. Hauptsache irgendwas, was nach normalem Mensch aussieht hier. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz an die frische Luft. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, was wir hier anhaben. Kein Bullshit oder so. Sondern ganz gute Klamotten. Schickes Auto. So. Aber, jetzt gucken wir einmal ganz kurz nach. So, hier ist die Karte. Wir sind hier vorne momentan. Hier wäre ein Friseur. Damit wir auch ein bisschen ordentlich auf dem Kopf aussehen. Das sieht ja grausam aus, was wir auf dem Schädel haben. So. Hot Shave heißt der Laden. Hört sich positiv an. So. Unbedingt. Irgendwas, was... Ach, der hat oben einfach so viel... So gut wie nix. Ein bisschen länger. Ich schätze mal ein bisschen länger. Sieht ein bisschen sympathischer aus. Er sieht eh aus wie ein Arschloch, aber... Ja, so ein bisschen besser. Ein bisschen hoddelig oder so, aber okay. So. Ne, das ist okay so. Dankeschön. Gerne doch. So. Lange Haare stehen ihnen ja ein bisschen besser. Sieht jetzt mehr aus wie ein asoziales Arschloch. So. Und jetzt noch kurz gucken, wo Los Santos Customs sind. Die Jungs machen nämlich schicke Autos, würde ich sagen. Ja, wir können auch Michael direkt besuchen fahren. Fahren wir ihn besuchen und sagen mal hallo. Freut er sich bestimmt, seinen alten Freund wiederzusehen. Ich glaube, der wird so ausrasten. Ich glaube, das wird kein gutes Ende nehmen. Bin da schon fast sicher. Aber... Das sehen wir ja jetzt gleich. Ich habe nichts kaputt gemacht bis jetzt. Immerhin, oder? Das war ich nicht. Das läuft doch. So. Dann sagen wir doch einfach mal hallo. Würde ich sagen. Ach du Scheiße. Passiert. Passiert. Das ist selber. Ich bin der Mann. Das ist ... Ja, das ist. Ich bin in ein bisschen eine gewisse Situation. Hm, du haste sagen, Mann. Ja. Ja. Das war ein langes Mal vor, Mann. Ich bin in Wissen-Protektion, und noch bin ich. Das ist großartig. Das ist großartig. Entschuldigung. Entschuldigung. Where are my manners, right? Amanda, es ist gut zu sehen. Oh, ich liebte dich. Du warst besser. Du warst eine neue Teile. Jimmy, du warst besser. Aber... Ich kann nicht auf dich. Wer bist du? Namaste. Ich bin Fabian. Ah... Good Lord. Wo ist Tracy? Wo ist deine Freundin, Jim? Wo ist deine Freundin, Jim? Sie ist... Sie ist... Sie ist... Sie sind für TV. Was? Ja, sie ist auditioning für Fame oder Shame. Fame oder Shame? Die fucker du sagst? Sie wissen, es ist das Talent-Skills-Show. Sie liebte es. Sie wissen das. Was ist ihr Talent? Dancing. Oh, Christ. Sie ist eine horrible Dancer. Michael. Sie könnte dich mit dir sagen. Jesus Christ. Jetzt? Jetzt? Woher? Um... die Maze-Bank-Arena. Ah, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go! Come on! Da hat er eigentlich recht. Da hat er, verdammt nochmal, recht. Wir nehmen den anderen Wagen. Der sieht geil aus. Oh, oh dear, cool. Oh, They're good . She's my daughter! I'll handle it! Judging by past behavior and their state of the rest of your family? Fuck only knows what that means. They fuck you! Yeah, you're a model, husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my hole and try to show me how to run my life! It don't work like that, I'm Nico. So, dann beeilen wir uns mal, ne? Es ist schon heftig, ja. So, dann bin ich auf ein Hohspital-Gurney nach dem Stunt von dir. Er hat mich immer noch aus dem Joint geschrieben. Really? Ja. Okay. So, wie hast du es? Oh, ich bin bei. Aside von der Leidenschaft und Herz, natürlich. Wir leben in Los Santos? Ein paar Stunden weg. Okay. Wo sind wir? Sandy Shores. Das Alamo Sea. Ah, hier ist es schön, da. Ja, es ist fucking schön. Ich meine, wir haben keine Tennis-Kurse, die Golf-Links, all die pumpete Plastik-Schlutsch, die du hier benutzt hast, aber, du weißt, es wird gut sein. Ja, du weißt, ich würde sagen, du bleibst, aber... Hey, cooles Auto. Dankeschön. Ich mag das kleine Auto irgendwie. das ist cool. Fick dich. Unfassbar, oder? Er will uns sagen, dass wir nicht reserviert hätten. Unfassbar. Ich glaube, es hackt. so, ich glaube, dem haben wir es gezeigt. Ja, das war wirklich gut. Ja, das war wirklich gut. All right. Ja, das war wirklich gut. All right. Tracy ist ein... Dancer, aber sie auch activen, modellieren, und arbeiten mit Kindern. Das ist... Das ist schön. Du bist so original, wie ein... Baskett voll von Puppen, oder ein Rheinbauer, oder ein Pile von Puken. Wer sind diese Clowns? Das ist mein... Dad und... Trevor? Two dads. Great. Very Santa Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? Okay. I'm back. Relax, chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Was? Three, two, one. All right. It's fame or shame for Tracy de Santa. Music. When I came home last night. Oh boy. You wouldn't make love to me. You went faster. Ah! Shh. Yeah. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Oh! Your dad is a step of 20 inches. Oh! You fucking do something about this? Uh, uh. That's enough. Oh! I said that's enough! Oh! Hey! Hey! I got security! Security! What did you fucking say? Come on! Come on! Fuck! Richtig so. Come here, you little shit! Tracy! Go home! Hey! You little prick! So, a bit of panic here. They took our ride. We take their truck. Get in the truck, Michael! Los, 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 los! I got a deposit on that truck! Ja, come raus, man! Let's get that prick! I saw him! Turn left! How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise the daughter in this town, you get used to this. Mate! It's poor parenting. Yeah, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. We're gonna flatten his toy car in this big ring. Hey! Don't you worry. Fucking Laszlo. I knew he was a asshole. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on! This ain't exactly a race. That, ehm, Elektroauto hier vorne ist wohl sehr schnell. Muss ich zugeben. Ah, we have so kleine Probleme. Wir sind ein bisschen schwerer. Als er jetzt. Ah, the little bastard has gone on to the train tracks.